Hier geht's nicht weiter. Boah, schon wieder... Vorsicht! Alles okay? Gerade so. Die Lava hier fängt plötzlich an zu blubbern. Ich hätte beinahe was abbekommen. Blödes Feuerwasser immer. Feuerwasser? Na, das Zeug fließt wie Wasser, aber aus Feuer. Interessante Idee eigentlich. Aber wusstest du, dass Lava aus flüssigem Gestein besteht? Hä? Das geht doch gar nicht. Doch, siehst du ja. Wenn es heiß genug ist, werden sogar Steine flüssig. Und tief unten in der Erde ist es heiß genug. Dann will ich da lieber nicht hin. Lust auf mehr? Dann hör dir jetzt die ganze Folge auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube an.